Wie war es denn, wie war denn die Juryarbeit? Vielleicht kannst du ein paar Worte sagen und darin auch sagen, wie viele kommen jetzt weiter? Es kommen vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter. Und Uber war ein sehr reger Austausch bei der Sitzung, weil die Medien fantastisch sind und es schwierig ist, aus so vielen Teilnehmern sich auch viel zu einigen, wie der hat zu seinem Fabrik und wie der kennt. Aber wir sind alle zu einem Erlebnis gekommen, wo wir sehr zufrieden sind. Und jetzt starten wir doch mit dem Namen. Tun wir das. Ich werde mich beginnen, das Gelernte gleich hinzusetzen. Ich hoffe, das ist in der Aussprache der Namen. Die Reihenfolge, in der ich jetzt die Gewinnerinnen und Gewinner verlese, hat also nichts mit Plätzen zu tun. Es gibt keinen ersten, zweiten, zweiten Gewinner oder sowas. Sondern alle vier haben gewonnen und sind bei den E-Mas schon ungeladen dabei. Also, Name Nummer 1. Florin Ronela. Alle Namen, die jetzt aufgerufen werden, die als Sieger-Siegerinnen sind, haben auch spaziert. Herzlichen Glückwunsch. Gleich hier bleiben. Denn auch eben alle Siegerinnen oder Sieger draußen sind, werden auch noch Fotos gemacht. Die Presse ist ja da. Und das kann man alles dann sehen auf der Facebook-Seite, habe ich gehört. Ja. Ich glaube, der N-Abscheidungen mit dabei wird auch Sherwin Mohamed Ismail sein. Herzlichen Glückwunsch. Zwei. Noch zwei. Noch zwei. Nämlich, Brigitte Irmich. Applaus Alles Gute. So. Und, auch Mitarbeiter der N-Abscheidungen ist Alessandra Ticcio. Applaus Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Noch mal. Ja, jetzt sind es die Fotografen und Fotografen.